Ganze Branchen wurden schon durcheinandergewirbelt und auch vor der Energiewirtschaft macht die Digitalisierung nicht halt. Doch hat diese Branche weit mehr Herausforderungen zu bestehen als die disruptive Kraft der Start-ups. Wie schnell ist der Ausstieg aus der konventionellen Energiegewinnung möglich und ist das überhaupt gewollt? Kommt der Strom künftig überhaupt noch aus klassischen Großkraftwerken? Woher kommt der Strom für die Elektromobilität? Und wer legt für all das am Ende die Rahmenbedingungen fest? Freuen Sie sich auf der 25. Jahrestagung Energiewirtschaft auf spannende und kontroverse Diskussionen zwischen Energieversorgern und Wissenschaft, zwischen IT-Unternehmen und Netzbetreibern und erleben Sie Top-Referenten aus Politik, Energiewirtschaft und dem Silicon Valley. Seit einem Vierteljahrhundert ist die Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft das führende, unabhängige Informations- und Diskussionsforum in der deutschen Energielandschaft. Erleben Sie drei Tage gemeinsam mit 1200 der intelligentesten Köpfe der Branche. Treffen Sie Entscheider, Founder und Future Leader vom 23. bis zum 25. Januar 2018 im Intercontinental Berlin. Melden Sie sich jetzt an zur 25. Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft.